Bitcoin kämpft weiterhin mit der magischen Marke von 100.000 US-Dollar, doch es gibt Anzeichen für einen sehr positiven Impuls, der uns bis auf 120.000 US-Dollar nach oben schießen kann. Außerdem sprechen wir über die aktuell wohl am stärksten performende Kryptowährung Stellar XLM. Ich zeige dir nämlich einmal auf, was die eigentlich so machen, wie die aktuellen Marktdaten genau aussehen und vor allem welche Neuigkeiten und vor allem eben auch Preise in Zukunft relevant sein werden. Denn wie du weißt, gibt es ja täglich auf meinem Kanal neue Videos zum Thema Bitcoin und Altcoins. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, durch meine Videos auf dem Laufenden zu bleiben, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und abonniere natürlich den Kanal, um eben auch in Zukunft keine Updates mehr zu verpassen. Und ganz wichtig, auch heute wird es wieder richtig, richtig spannend, deswegen solltest du unbedingt bis zum Ende des Videos dabei bleiben. Das Erste, was wir nämlich aktuell sehen, ist, dass Bitcoin erst einmal ein wenig seitwärts gerichtet unterwegs ist. Wir haben Probleme, die 100.000 US-Dollar endlich zu überwinden. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass wir gerade am Wochenende natürlich vor allem keine Institutionen haben, die hier teilnehmen. Wir haben keine ETF-Inflows. Wir haben einfach grundsätzlich keine Produkte, wie zum Beispiel die Spot-ETFs und so weiter, die aktuell laufen. Das geht alles am Wochenende nicht. Also ist das hier alles vor allem Privatanleger getrieben und natürlich durch Unternehmen getrieben, die zum Beispiel verschiedene große Börsen für sich benutzen. Und Börsen ist natürlich ein richtiger, wichtiger Stichpunkt. Und zwar sehen wir hier gerade in violett eingezeichnet die Exchange-Reserven beim Bitcoin, die zunehmend abnehmen. Parallel dazu steigt natürlich auch der Bitcoin-Preis. Das heißt, wir haben hier durch die erhöhte Nachfrage von Unternehmen, von institutionellen Investoren, von Kleinanlegern einfach eine ganz eindeutige Situation, die wir vor uns haben. Und zwar wird es zwangsläufig auf einen Supply-Schock hinauslaufen. Das bedeutet, wir haben deutlich mehr Nachfrage als Angebot. Und das lässt den Bitcoin-Preis kontinuierlich in die Höhe schießen. Und ehrlicherweise ist es dadurch absolut plausibel, dass wir Preise von über 120.000 bis 180.000, vielleicht sogar darüber hinaus, in der nächsten Zeit sehen werden. Es ist keine Utopie mehr. Es ist eine ganz realistische Perspektive, wenn man sich die aktuellen Marktdaten einfach ansieht. Und bevor wir uns jetzt die aktuellen Informationen und das weitere Potenzial von XLM angucken, möchte ich dir noch einen kurzen Hinweis mit auf den Weg geben. Eben über den ersten Link in der Videobeschreibung kannst du dich jetzt bei Pionics anmelden. Hier kannst du nämlich Rewards bis zu 10.000 US-Dollar direkt mal abgreifen. Es gibt mittlerweile über 5 Millionen aktive User. Das ist nämlich eine Grid-Trading-Bot-Seite. Da kannst du dich also mit einigen sehr, sehr spannenden Themen beschäftigen. Es ist relativ simpel aufgebaut, wirkt natürlich auch einige Risiken. Aber so kann man erst mal ganz entspannt starten und die Plattform in Ruhe mal austesten. Und das Spannende ist, es gibt eben auch sehr bekannte Gesichter, die mittlerweile hier als Partner mit auftreten. Es ist also eine spannende Option, um sich mit dem Thema Trading mal zu beschäftigen. Deswegen nutze jetzt deine Chance und melde dich über den ersten Link in der Videobeschreibung an. Und natürlich müssen wir wie versprochen über XLM sprechen. XLM ist wohl die Kryptowährung, die in den letzten Tagen am stärksten gestiegen ist. Das ist die Kryptowährung, die unter anderem Bitcoin, XRP und alle möglichen Altcoins wirklich direkt hinter sich gelassen hat. Denn wir haben einen massiven Aufschwung in den letzten sieben Tagen erlebt. Fast 200 Prozent. Das sucht seinesgleichen. Und vor allem, wenn wir uns mal die Performance des letzten Monats angucken, sprechen wir mittlerweile von über 500 Prozent. Das ist gewaltig. Das ist verrückt. Und natürlich ist das sehr wahrscheinlich noch nicht das Ende der Welt. Denn es gibt hier die ganz klaren Zeichen, die dafür sprechen, dass wir hier einen weiteren Anstieg vor uns haben können. Und warum XLM angestiegen ist, das werde ich dir gleich erklären. Ich möchte trotzdem nochmal einen Schritt zurück machen und erstmal erklären, was Stellar Lumen XLM eigentlich ist. Das ist eine Kryptowährung, die es einfach und schnell macht, Geld weltweit zu senden. Egal also ob Dollar, Euro oder Bitcoin, die Kryptowährung ist entwickelt, um zum Beispiel Banken, Unternehmen und Menschen grundsätzlich miteinander zu verbinden. Insbesondere in Regionen, wo zum Beispiel traditionelle Banken teuer oder schwer zugänglich sind. Das Ziel ist also, Finanztransaktionen günstig, schnell und für jeden verfügbar zu machen, egal wo man jetzt eigentlich lebt. Und klar, jetzt kommt erstmal die Frage auf, hey, XLM, XRP, das klingt alles ziemlich gleich. Ja, die beiden haben ähnliche Ziele. Beide wollen den weltweiten Zahlungsverkehr schneller und günstiger machen. Doch es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen den beiden, weswegen durchaus beide Optionen interessant sind. Der große Unterschied liegt nämlich im Fokus. XRP arbeitet hauptsächlich mit Banken und großen Finanzinstitutionen zusammen. Stellar hat sich aber eher auf den direkten Zugang für Einzelpersonen und kleine Unternehmen eben fokussiert. Besonders eben in Entwicklungsländern. Außerdem ist Stellar als Non-Profit-Projekt angelegt, während XRP von einem privaten Unternehmen, also Ripple, betrieben wird. Das heißt, wir haben hier eine ganz andere Ausgangssituation und deswegen macht es durchaus Sinn, eben auch XLM einmal ins Visier zu nehmen. Und ja, XLM hat wirklich in den Jahren, in den letzten Jahren vor allem, wirklich eine schwierige Zeit hinter sich gehabt und es gab einen jahrelangen Abwärtstrend. Mittlerweile sieht die Marktstimmung natürlich ganz anders aus. Wir haben diese veränderte politische Lage in den USA, die deutlich kryptofreundlicher ist. Dann gibt es natürlich den Rücktritt von Gary Gensler. Auch dadurch erhoffen sich immer mehr Investoren eine offene und positive Haltung gegenüber Kryptowährungen wie zum Beispiel XLM. Und wir sehen natürlich auch, wenn wir uns mal die Marktdaten angucken, dass zum Beispiel das offene Interesse extrem in die Höhe geschossen ist. So einen hohen Wert gab es in der Vergangenheit noch nie. Auch das Volumen ist natürlich exponentiell angestiegen und sucht seinesgleichen. Wir sprechen hier teilweise von über 10 Milliarden US-Dollar an Volumen innerhalb von 24 Stunden. Das ist wirklich verrückt und ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn es gibt unter anderem große Unternehmen wie zum Beispiel Grayscale, die sich dazu entscheiden, immer weitere Bestände in Form von XLM eben aufzubauen. Und auch das hat natürlich nochmal den ganzen Spaß hier deutlich nach vorne getrieben. Durch diese Informationen, die öffentlich gemacht worden ist, durch dieses Dokument, das bei der SEC eben auch eingereicht worden ist, gab es selbstverständlich eben einen massiven Impuls, den wir eben auch wahrgenommen haben. Und auch technisch sieht es extrem gut für XLM aus. Denn das, was wir gerade gesehen haben, ist, dass es hier ein sogenanntes Golden Cross gab. Das bedeutet, dass die 20-Tage-Durchschnittslinie, die hier in blau gekennzeichnet ist, die Durchschnittslinie der 200-Tage-Linie überschritten hat, die wir hier unten in Gelb oder Gold sehen. Das ist ebenso ein sehr starkes Zeichen und Signal für ein weiteres Wachstum. Und ehrlicherweise gehen wir mal davon aus, dass wir gerade kurzfristig das Potenzial haben, bei XLM einen Preis von ungefähr 80 Cent zu erreichen. Einige Analysten gehen davon aus, dass wir in der nächsten Zeit sogar einen Dollar erreichen können. Das ist aus meiner Perspektive auch ein durchaus realistisches Ziel. Doch eine Sache dürfen wir dabei natürlich nicht vergessen. In solchen Situationen steigt natürlich auch der RSI an. Der zeigt nämlich als relative Stärkeindex eben auch auf, dass wir durchaus sehr, sehr viele Investoren mittlerweile eben dabei haben, die darauf spekulieren, dass der Preis ansteigt. Deswegen sind leichte Rücksetzer ganz natürlich, die gehören irgendwo dazu, um überhaupt einen weiteren und eben auch stabilen weiteren Anstieg realisieren zu können. Und trotzdem ist natürlich die Perspektive für die Zukunft noch deutlich rosiger. Denn ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, die ganz klar aufzeigt, wo wir zum Beispiel noch am 21. November standen, bei ungefähr 24 Cent pro XLM. Mittlerweile sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Und wenn man sich die aktuellen Muster hier mal anguckt, dann merkt man relativ schnell, dass hier eben auch Preise zwischen 3 bis 5 US-Dollar durchaus realistisch werden. Denn wenn wir uns das sogenannte Adam und Eva-Chartmuster angucken, das sich über die letzten sieben Jahre gebildet hat, dann gibt es hier wohl einen weiteren bullischen Ausbruch, den wir ja bis zu einem gewissen Grad gerade schon sehen. Und das würde bedeuten, dass wir weitere 1.600 Prozent Gewinn eben noch vor uns haben könnten. Und natürlich profitiert Stellar Lumen beim XLM also sowieso durch diese ganze positive Marktdynamik, die wir in den letzten Wochen schon miterlebt haben. Es ist einfach gerade eine glorreiche und goldene Zeit, in der wir unterwegs sind. Und umso mehr freue ich mich natürlich auf das, was jetzt in der nächsten Zeit noch kommt. Trotzdem ist natürlich wichtig zu sagen, dass das hier lediglich meine persönliche Sichtweise auf die Dinge ist. Es ist also keine Anlage oder Finanzberatung. Du solltest niemandem einfach blind hinterherlaufen, sondern selbstständig darüber nachdenken, welche Entscheidungen du triffst. Und trotzdem gibt es noch eine Sache, die ziemlich interessant ist. Und zwar findest du über den zweiten Link in der Videobeschreibung gerade BitMeiner24. Die haben nämlich einen Black Week Sale gestartet. 15 Prozent auf alle Geräte. Das ist also durchaus interessant. Wenn du dich also sowieso schon mal mit dem Thema Bitcoin Lottery Miner beschäftigen wolltest, dann ist das jetzt die richtige Zeit, um zuzuschlagen. Die Aktion geht noch bis zum Black Friday. Es lohnt sich also schnell zu sein. Ansonsten findest du natürlich aber auch unten in der Videobeschreibung wichtige und interessante Links zu den verschiedenen Plattformen, die ich Tag für Tag benutze. Da kannst du auch gerne mal vorbeigucken. Genauso wie zum Beispiel meine offene und öffentliche und kostenlose natürlich Telegram-Gruppe. Da bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es dann natürlich auch weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich. Hab noch einen wunderbaren Sonntag. Und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.